Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Transformation, Strukturwandel, Energiewende, Verkehrswende, Überschriften, die uns im täglichen Leben begleiten. Wer wäre besser geeignet dazu, diese Probleme zu lösen, als wir Beschäftigten der Bahnindustrie, wir Beschäftigten bei Alstom. Es gilt natürlich jetzt die politischen Rahmenbedingungen einzufordern, die politischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Bereitstellung großer Investitionsmittel für Infrastruktur, für rollendes Material, gleichzeitig aber auch die Festschreibung eines Local Content bei Vergabe öffentlicher Aufträge entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Für diese Forderungen fahren wir alle gemeinsam am 29.10. nach Berlin, um der neuen Bundesregierung diese Forderungen zu übermitteln. Ich freue mich, euch in Berlin zu sehen. Bis dahin!